Ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich Sie endlich mal bei uns haben darf. Wir haben es schon mehrfach versucht, aber Sie sind eine weitgereiste und vielgefragte Frau. Und ja, jetzt sind Sie da und wir freuen uns sehr. Jetzt werden wir in 20 Minuten, 25 Minuten Live-Podcast ganz viel erfahren, was Sie alles tun. Womit Sie das Thema Gleichstellung unterstützen. Und ich darf Sie, bevor ich in die Fragerunde gehe, ganz kurz vorstellen. Professor Jutta Almendinger hat Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität in Mannheim studiert. Anschließend Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an der University of Wisconsin, an der Harvard University wurden Sie promoviert und habilitiert haben Sie sich an der FU Berlin. Also schon mal, das ist ein sensationeller Weg. Sie haben ganz jung, glaube ich, schon den Ruf als Professorin für Soziologie an die LMU erhalten. Sie waren dann dort aber zwischenzeitlich beurlaubt, weil Sie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geleitet haben. Und Sie waren auch erste Frau als Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Seit April 2007 leiten Sie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und legen da eigentlich ständig den Finger in die Wunde, wo es mit dem Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Themen noch im Eigen liegt. Und ja, seit 2012 sind Sie Honorarprofessorin für Soziologie an der FU Berlin. Und vielleicht so eine letzte, ganz wichtige Station 2022 haben Sie den Vorsitz des Gender Equality Advisory Councils der G7-Staaten übernommen. Und haben dort die Empfehlungen des G7-Gleichstellungsbeirats an Herrn Bundeskanzler Scholz übergeben. Also man merkt schon, das Thema Gleichstellung ist wichtig. Das sind meine Fragen, die runtergefallen sind, aber wir können es auch ohne machen. Danke. Was ich noch sagen wollte, ich habe in der Vorbereitung für dieses Podcast-Interview mir ein sehr langes Interview mit Ihnen vom Zeit-Podcast angehört und habe dann festgestellt, Sie sind wahnsinnig schlagfertig. Und das mit einem Witz und einem Charme, das seinesgleichen sucht. Hat trotzdem fünf Stunden gedauert. Ja, hat trotzdem fünf Stunden gedauert, genau. Jetzt brauchen Sie keine Sorge haben, hier sind keine Männer, die sich profilieren wollen, sondern ganz viele wunderbare Frauen, die Sie alle kennenlernen wollen und die auch im Übrigen sehr gerne mitdiskutieren dürfen. Wir haben, Marleen ist da, Marleen reicht. Ach, und die Vera, unsere Vera, die zweite Kraft, die bald bei uns anfangen wird. Freuen wir uns ganz sehr. Darf schon ein Applaus sein. Vera wird aber nachher nochmal gesondert vorgestellt. Die werden dann auch eure Fragen einsammeln. Ich frage mal so ganz global. Das ist total innovativ. Erstens, vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich Podcast höre, ich wurde dann eingeladen von ihr offiziell zu einem Podcast, dann stelle ich mir natürlich immer so ein schallisoliertes kleines Zimmerchen, wo man Ringe und Uhren vorher ausziehen muss und sich nicht bewegen darf. Und hier darf man sogar Fragen stellen, das finde ich großartig. Also hier darf man alles. Ja, wir haben heute schon einen sehr interaktiven Tag gehabt und wir haben auch gemerkt, das ist aber genau der Bedarf, den die Frauen haben. Und wir sind ja flexibel und agil, weil wir sind Frauen. Tja. Zum Thema Agilität, beziehungsweise wie sind Sie denn dahin gekommen, wo Sie heute sind? Wie haben Sie das erreicht? Was hat Ihnen geholfen? Ich habe mich ordentlich beworben, habe Vorstellungsgespräche geführt und habe gezeigt, dass ich das kann. Und habe oft einen Vertrauensvorschuss bekommen, weil, als ich ans ERB gegangen bin, ans Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, fragten die mich, hier haben Sie schon mal eine große Organisation geleitet, das waren immerhin 600 Leute. Dann sage ich, das wussten Sie vorher schon, dass ich das nicht getan habe. Ich komme von einem kleinen Lehrstuhl und damit war die Frage dann auch beantwortet. Also man muss schon auch immer sagen, es gehören zwei dazu. Die eine Person, die einlädt, die andere Person, die eben dann das, was sie gemacht hat, auch sagt, ohne es zu überhöhen. Das finde ich ganz wichtig, dass man authentisch bleibt. Und was haben Sie dann erlebt? Also weil das ist ja, wenn Sie sagen, habe ich noch nicht gemacht. Wir kennen ja oft das Gegenteil. Wir haben Anforderungen bei Stellenausschreibungen. Da sind 10, 20 Punkte aufgelistet. Eine Frau liest sich durch und sagt, okay, der Punkt, der Punkt, der Punkt. 18 hat sie vielleicht von 20. Bei den letzten zwei sagt sie, oh, das kann ich nicht. Kann ich mich nicht darauf bewerben. Aber Sie sind da mutig und haben gesagt, nö, habe ich nicht, kann ich lernen. Naja, also man hat ja schon, wenn man dann im Alter ist, von 32, 33 eine gehörige Männererfahrung. Und weiß, dass Männer sich auch mit 22 Punkten bewerben von 30. Und von daher, wenn man 28 von 30 hat, dann sollte man das schleunigst tun. Also ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt dazu. Ja. Und wie ich mich dann fühlte, ich meine, es sind solche Tische, die da meistens stehen. Und lange stand ich dann halt alleine an so einem Tisch, bis ich mir dann gedacht habe, also wenn man hier keine Welcome-Kultur hat und der Neuen Guten Tag sagt und sie integriert, dann muss ich mich ja selbst integrieren. Und da habe ich mich dazwischen die Männer gedrängt und habe mit denen geredet. Es gibt einen sehr berühmten Soziologen, der heißt Niklas Luhmann, der meinte, man müsste mit der Zigarre dann sich den Männern nähern, um aufgenommen zu werden. Und das habe ich nur einmal getan. Und dann war es Ihnen schlecht hinterher, das haben Sie nie mehr gemacht. Na, ich glaube, mein häusliches Umfeld fand, dass ich stank. Im Sinne der Frauengesundheit wäre es auch nicht gut gewesen, Sie hätten das Wort. Das wollte ich jetzt passt sagen, aber das habe ich unterdrückt, weil das damals kein Gesichtspunkt war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Frauen-Business-Netzwerk Healthcare-Frauen hat sich ja aus eben so einem Anlass gegründet, Vanessa. Ihr standet ja auch ganz oft alleine da und habt euch überlegt, wie können wir es mit den Männern aufnehmen. Aber Vanessa gab es zu meiner Zeit nicht. Ich bin deutlich älter, insofern hätte ich mich nicht an sie wenden können. Bei mir gab es keine Netzwerke von Frauen, die tatsächlich in Führungspositionen waren. Das war das Problem. Und man sagte immer, Vernetzung, Vernetzung. Aber wenn man oft die erste Frau in einem bestimmten Job ist oder rein quotiert wird, was ich in meinem Leben sehr oft wurde und es auch gut finde, dass ich das wurde, da stehe ich auch dazu, dass es eine Quote braucht, ist es natürlich ein Problem. Da muss man eher Netzwerke aufbauen, als dass man sich auf Netzwerke stützen kann. Insofern vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Trotzdem brauchten Sie ja Netzwerke. Wie haben Sie sich dann in andere Netzwerke, in Männernetzwerke begeben? Welchen Tipp können Sie den Frauen begeben? Sie hatten ja meinen amerikanischen Ausflug erwähnt. Der dauerte sieben Jahre und die amerikanische Kultur der Frauenintegration an Universitäten ist eine vollkommen andere als in Deutschland. Und ich glaube, ich hätte weder ein Kind auf einer Professur gekriegt, noch wäre ich auf eine Professur gekommen, ohne diese Vorbilder zu haben. Weil ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich mich nach München beworben habe, einfach wirklich nicht die Qualifikation hatte. Ich hatte nicht diese Habilitation. Ich bin eigentlich wegen der Habilitation von Amerika nach Deutschland gekommen, weil ich dachte, wenn ich das Ding nicht habe, bin ich für immer in Amerika und würde dann ohne Habilitation in München genommen. Insofern konnte ich wirklich sehr aus dieser ganz anderen Kultur des Miteinanders und einer insgesamt damals zumindest stärkeren Frauenbewegung aus Amerika extrem profitieren. Also ich habe viele, viele Vorbilder dort gehabt. Und wann hatten Sie den Eindruck hier in Deutschland, da läuft irgendwas schief? Wir sind längst noch nicht gleichberechtigt. Naja, da gibt es meine Lieblingsanekdote, die wahrscheinlich mittlerweile bekannt ist, wenn man mich kennt, ist die, dass es spätestens zu dem Zeitpunkt war, dass ich über den Bauch gestreichelt bekam von einem sehr berühmten Soziologen Ulrich Beck, Risikogesellschaft, der meinte, dass ich während meines Urlaubs ja doch sehr gut gegessen und zugenommen hatte, ohne zu wissen, dass ich im siebten Monat schwanger bin. Und das war tatsächlich so, dass ich dann mitgeteilt bekam, dass ich die erste oder fast die erste Person oder vielleicht die erste Person, die auf einer Professur war, überhaupt ein Kind bekam. Also erstens gab es ganz wenige Frauen und wenn Frauen berufen wurden, dann zu einem späteren Alter. Also das, was heute glücklicherweise gang und gäbe, ist, dass man die Juniorprofessorinnen oder W2, die dann auch, während sie diesen Job ausüben, ein Kind bekommen, das gab es 1992 nicht in der Landeshauptstadt München. Jetzt haben Sie gerade noch erwähnt München. Ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied, ob man hier in Berlin sowas anstrebt. Ja, der Anzahl von Professuren in Berlin war auch nicht sehr viel höher. Sie ist ja jetzt erst bei, wenn Sie alle Professuren zusammennehmen, bei 27 Prozent. Das war damals also eklatant niedriger. Und von daher bin ich solche Situationen gewöhnt und habe dann auch von dieser Situation eigentlich profitiert, als ich dann in andere Gremien berufen wurde. Jetzt sind wir aber auf einem guten Weg, nur wir sind noch lange nicht gleichberechtigt. Es gibt auf den Professuren noch nicht angemessen viele Frauen, paritätisch schon gleich gar nicht. In der Politik nicht, in führenden Positionen. Wir haben das Führungspositionengesetz 1 und 2. Wir haben jetzt zumindest die Erwartung, dass er in den Vorständen der gesetzlichen Krankenversicherung, in den Körperschaften des öffentlichen Rechts, in den KVen, in den KZVen, KBV, KZBV, dass wir da Frauen reinkriegen. Aber was haben Sie beobachtet? Warum geht es in Deutschland so langsam? Was ist der Grund? Wir haben zwei große Gründe. Das eine sind strukturelle Rahmenbedingungen, die immer noch, Stichwort Ehegattensplitting, kostenlose Mitversicherung, Stichwort unzureichende Infrastruktur für Kinder, Stichwort Halbtagsschulen für Kinder, Stichwort Pflege von den Eltern. Das ist alles im Vergleich zu anderen Ländern sehr stark ausgerichtet auf einen Erwerbspersonenhaushalt. Also der Mann meistens arbeitet und die Frau nicht. Oder maximal der Mann arbeitet und die Frau arbeitet Teilzeit. Dann kann man sozusagen das alles leben. Wenn man zwei Karrieren anstrebt und meistens sind es dann zwei, dann geht es in die Hosen. Dazu kommen wir nachher nochmal. Das ist sozusagen der eine strukturelle Grund. Und der andere Grund ist der damit verbundene kulturelle Grund. Wir haben in Deutschland das Wort der Rabenmutter. Und das Wort der Rabenmutter ist immer noch da. Das ist nicht weg. Das ist in unserem Kopf drin. Und wir machen sehr viele Experimente am Wissenschaftszentrum Berlin. Und eines, das mich nach wie vor ganz wirklich unglücklich macht und konsterniert, ist, dass wir Initiativbewerbungen schicken an Organisationen. Und einmal, das ist natürlich gefaked, und einmal setzen wir einen Männername ein und einmal setzen wir einen Frauennamen ein. Sonst sind die Bewerbungen absolut identisch. Und das Zweite, was wir variieren, ist die Dauer der Abwesenheit. Also die nehmen zwei Monate Elternzeit oder zwölf Monate Elternzeit. Und dann warten wir, wer eingeladen wird, zu einem Bewerbungsgespräch. Und dann sehen wir, dass Frauen, die zwölf Monate Elternzeit nehmen, eher eingeladen werden als Frauen, die zwei Monate Elternzeit nehmen. Und wenn wir dann fragen, was ist das eigentlich, was liegen da für Gründe dahinter, dann sagt man, ja, aber die Mutter mit zwei Monaten Elternzeit, also dieses Kind, also diese Unzuverlässigkeit, dieses Überambitionierte, ob sie denn mit dieser Motivation und so etwas überhaupt und dem Ehrgeiz in unser Team passt. Ja, also das ist immer noch dieses, Mütter brauchen die Kinder und müssen sich darum kümmern. Den Kindern geht es ganz schlecht, wenn die Mütter nicht länger. Und bei Männern, entgegen dem, was man immer sagt, dass es Männern schadet, dass es zwölf Monate war, sozusagen, da gab es überhaupt gar keinen Unterschied. Man kann es ein bisschen sozusagen professioneller ausdrücken und kann sagen, dass wenn Männer sich nicht gemäß den Normen für Männern verhalten, also zwölf Monate rausgehen, dann macht es nichts. Aber wenn Frauen sich entgegen der Normen dessen, was man als eine gute Frau erachtet, verhalten, dann schadet es ihnen. Das heißt, wiederum anders gedreht, es gibt eine No-Win-Situation, weil entweder bleiben Frauen lange aus dem Arbeitsmarkt rausnehmen, dann Teilzeit und sind eine gute Frau, eine gute Mutter, haben dann aber eine geringere Chance, in Führung aufzusteigen und haben eine geringere Chance, eine ordentliche Rente zu erarbeiten oder Frauen spielen, das Spiel bleibt eine kürzere Zeit in Elternzeit, gehen wieder auf Vollzeit und dann sind sie aber die schlechte Mutter. Und das ist eine Situation, die sie so in dieser Schärfe, in all unseren Untersuchungen in anderen Ländern nicht haben. Und diese Interaktion zwischen Kulturen und Strukturen bedingt dieses langsame Moment und natürlich auch das, was ich als Retraditionalisierung gekennzeichnet habe, während der Corona-Zeit, da ist die Infrastruktur weg und dann sieht man, die Situation heute ist nicht auf eine Umverteilung zwischen Männern und Frauen oder Vätern und Müttern, sondern ausschließlich die Infrastruktur entlastet die Männer und das war's und dann fällt alles wieder zurück. Und wir sind noch nicht durch. Also ich sehe ganz, ganz viele Anzeichen dessen, dass wir nicht den Status Quo vor Corona erreicht haben. Da schließt sich natürlich gleich die Frage an, was können wir tun. Wir sind hier ein Netzwerk, wir werden gleich noch ein Panel haben, wo wir verschiedene Netzwerke nochmal da haben. Wir haben uns zusammengeschlossen, 12, 13 Frauennetzwerke, die jetzt gemeinsam... Das finde ich super. Ja, danke. Also auch wirklich an alle, die da mitwirken. Wir wollen in der Politik Gehör finden, wir wollen Rahmenbedingungen verändern. Es ist wahnsinnig schwer, es ist kräftezehrend, zeitraubend. Was können wir tun? Nicht aufgeben und sich weiter vernetzen. Weil wir haben jetzt die Situation, dass wir sehr, sehr viele Frauennetzwerke haben und normalerweise besteht ein einziges Netzwerk ja aus Frauen, da können jetzt auch Männer sagen, die ähnliche Professionen haben, die sich in irgendeiner Weise ähnlich sind. Deshalb gehen sie in dieses Netzwerk. Wenn wir jetzt aber diese Netzwerke mit den Netzwerken verschränken, dann treffen sich Personenkreise, die sich normalerweise nie treffen würden und ergeben natürlich wesentlich mehr an Potenzialen, was offene Stellen, was das dann sozusagen Helping Hands und so weiter und so fort betrifft. Und genau das ist eine Situation, die wir brauchen. Das ist im Übrigen bei Stiftungen und bei allem auch so. Und diese Überschneidung von sozialen Kreisen oder in diesem Fall Netzwerkkreisen, das ist etwas, was Frauen ungemein hilft. Also ich sehe das selbst, ich coache viel, ich coache auch Leute, die in der Archäologie sind, wo ich am Anfang sagte, da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung, das machen wir mal nicht. Aber doch, es gibt so viel an Allgemeinwissen, was hilft. Und es gibt so viel an einfach mal Zuspruch. Versuch es mal und mach es mal so und so, was ungemein hilft. Weil man sieht, naja, da habe ich ja eine Person, die das so gemacht hat. Das probiere ich jetzt auch. Und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich es nicht versucht habe. Vielleicht, bevor wir auf Ihre Forschungsarbeit auch nochmal eingehen und dann die Runde öffnen. HCF hat ein ganz tolles Mentoring-Programm schon seit vielen Jahren. Wir haben weitaus über 100 Frauen da schon, sag ich mal, gecoacht. Was braucht es zusätzlich noch? Also welche Rahmenbedingungen, welche fünf Punkte würden Sie sagen, brauchen wir? Persönliches Netzwerk? Also Sie haben die Voraussetzungen, Sie brauchen die Voraussetzungen. Also ohne Wissen und eine Ausbildung und so etwas geht es überhaupt nicht. Sie brauchen so etwas wie eine Widerstandsfähigkeit. Also beim ersten Versuchen, es klappt nicht, das auf sich selbst zurückzuführen und nicht auf die Rahmenbedingungen ist falsch. Aber wir Frauen tun das ganz oft, dass wir zunächst mal an uns zweifeln und uns nicht logisch klar machen, naja, da gab es jetzt so und so viele andere Bewerber und die sind alle besser und ich tauche ja sowieso nichts da. Das haben wir bei Männern nicht in diesem Maße. Dann wissen wir, dass Frauen wesentlich seltener in Wettbewerbe reingehen, als Männer das tun. Das müssen wir auch, da ist die Verhaltensökonomie absolut, also das ist ganz klar, also wenn sie Spiele machen mit kleinen Mädchen und mit kleinen Jungs und sagen, naja, wenn du das in einem Wettbewerb gewinnst, dann kriegst du zwei Tafeln Schokolade und wenn du ansonsten die gleiche Aufgabe machst, aber ohne Wettbewerb, kriegst du eine Tafel Schokolade. Dann gehen alle Männer in den Wettbewerb und gewinnen die zwei Tafeln Schokolade und alle Frauen gehen nicht in den Wettbewerb und gewinnen die eine Tafel Schokolade. Da müssen wir, glaube ich, an uns arbeiten. Also das ist nicht, dass das so ein Vorurteil ist, sondern es ist tatsächlich belegt. Wir müssen lernen zu verhandeln, auch das wissen wir aus der Verhaltensökonomie, wenn unter einer Stellenanzeige, und das macht er jetzt ja vor Rohre mit der ungleichen Bezahlung auf der gleichen Position, dass da ein Gehalt stand, die Frau hat nicht verhandelt, der Mann hat verhandelt, hat dann diese 1500 Euro mehr bekommen, einfach verhandeln. Also es ist natürlich auch die Aufgabe von Arbeitgebern, dann entweder zu sagen, Verhandlungssache oder nicht. Insofern fand ich das Urteil persönlich richtig. Sie sehen im Moment diese großen Zollwerbungen für Auszubildende, wo dann drunter steht, keine Verhandlungssache. Dann fangen auch Männer nicht an zu verhandeln. Aber wir haben da nicht nur eine Bringschuld von den Frauen, sondern auch eine Bringschuld von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Aber durchaus auch sich mal vorzuwagen, das finde ich wichtig. Und dann geht das Ganze nicht ohne Netzwerke, ohne Freundinnen, ohne Freunde, ohne auch auf sich selbst aufzupassen. Also rund um die Uhr zu arbeiten, das ist so ziemlich das Falscheste, was man machen kann. Man braucht hohe Zeiten. Und wenn man merkt, dass man anfängt zu überarbeiten, muss man sich zwingen, mal aufzuhören damit. Also das ist das, was ich gelernt habe. Wir steigern nicht unsere Produktivität linear zu unserem Zeit- und Arbeitseinsatz, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und sie wirken stärker und sie können auch mit Rückschlägen besser leben, wenn sie diese eigene Fundierung haben. Ich habe sogar von der Studie letzte Woche gehört, dass Menschen, und das waren vor allem Männer, die ihre gesamten Urlaubstage genommen haben, plus Überstundenausgleich weitergekommen sind als die fleißigen Bienchen, die halt dann trotzdem noch mal einen drauf geschafft haben. Deshalb finde ich die ganze Diskussion mit den Arbeitszeiterhöhungen absolut Quatsch. Wenn Sie sich die Frühverrentung, ich meine, ich habe ja hier die Fachfrauen vor mir, wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie sich die psychischen Belastungen anschauen, wenn Sie sich anschauen, wie viele Mütter-Kind-Kuren im Moment in der Beantragung sind, dann sehen Sie, zu welchen Folgewirkungen diese Überarbeitung führt und wie wichtig diese Balance ist, so abgetroschen dieses Wort ist. Aber ich arbeite zum Beispiel an Wochenenden wenig, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nichts arbeite, aber wenig. Und das hilft und das bedarf eines Selbstmonitorings. Das sagt Ihnen niemand jetzt mal nicht. Insofern nur auf Netzwerke und nur auf Außen, man muss auch das Innen haben. Jetzt kommen wir noch mal auf Ihr letztes Buch vielleicht. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Ja, wie erreichen wir sie? Naja, der Ausgangspunkt war Corona, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist eigentlich in den Folgen fast aktueller heute, als es damals war, weil es ja eigentlich ein flammendes Blattoyer dafür ist, dass wir eine Gleichverteilung brauchen von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen. Weil wenn sie die unbezahlte Arbeit nicht durchzweiteilen, dann können sie auch nicht die bezahlte Arbeit durchzweiteilen. Das führt natürlich genau zu diesen Überforderungen. Sie können keine sozialen Kontakte mehr halten. Sie haben, wenn sie Kinder haben, gar keine Zeit, sich mit ihnen zu beschäftigen. Warum will man dann Kinder haben? Also insofern ist es eigentlich ein Blattoyer, das zu machen, was Männer von sich im Moment immer und immer wieder sagen, dass sie nicht das Leben ihrer Väter und ihrer Großväter führen wollen, sondern dass sie auch eine partnerschaftliche Beziehung. Und da müssen wir sie packen. Und das heißt aber eher eine Umverteilung von der Arbeitszeit für Männer, von denen wir bis heute sehen, dass nach der Geburt eines Kindes ihre Arbeitszeit steigt und sie unendlich viele Überstunden nehmen. Die Frauen gehen runter zu einer gleicheren Verteilung von bezahlter Arbeit. Dann sind wir bei einer 35-Stunden- oder 34-Stunden-Woche, die sich wesentlich besser handeln lässt. Und wo man Zeit für sich hat, Zeit für die Kinder hat und beides haben kann. Das ist aber genau der Weg, den wir im Moment nicht begehen, weil wir sagen, der Gender Pay Gap, der Gender Care Gap, all das lässt sich nur schließen, indem alle Frauen wie Männer werden. Und das ist der falsche Weg, weil sie können nicht von einem, ich hatte das vorhin gesagt, sie können nicht von einem Sozialstaat, der so ausgerichtet ist, dass eine Person 100% arbeitet und die andere Person eigentlich den ganzen Rest macht, aber zu 0% erwerbstätig ist, zu einem Sozialstaat kommen, wo beide Personen 100% erwerbstätig sind, aber trotzdem die gesamte andere Zeit auch noch gemacht wird. Das ist ja, oder die ganze andere Arbeit auch noch gemacht wird. Das ist eine vollständige Fehlvorstellung, aber wir führen diese Diskussion nicht. Wir beklagen diese Lücken, die sind da und die sind schrecklich, aber wir führen diese Diskussion nicht, von welcher Seite diese Lücken geschlossen werden sollen, beziehungsweise implizieren. Diese Lücken können nur geschlossen werden, wenn Frauen in die Männerjobs gehen, wenn sie Vollzeit arbeiten, wenn sie Überstunden machen und so weiter und so fort, ohne dass die Männer sich überhaupt ein Stückchen zu den Frauen hin zu bewegen haben. Und in dem Buch habe ich das mal historisch anhand meiner eigenen Familie gemacht. Diese Männer haben sich nie bewegt. Diese Männer haben sich immer Vollzeit durch, über Generationen hinweg, während die Frauen sich sozusagen bewegt haben. Mit jeder Generation hat die Frau mehr gearbeitet. Und wir brauchen, also bevor wir zur Schließung dieser ganzen Gaps kommen, brauchen wir erstmal solche Grundsatzdiskussionen, die sich dann nicht nur in der Infrastruktur für Kinder, die brauchen wir. Wir brauchen auch bessere Schulen und alles, aber wir brauchen auch eine andere Arbeitsmarktkultur. Und da müssten Sie eigentlich die Treiber sein, weil Sie wissen, wie sehr Arbeit und Gesundheit miteinander zusammenhängen. Und wenn man mir im Moment sagt, ja, aber wir brauchen wegen der demografischen Entwicklung jetzt eine höhere Vollzeit für alle bis zum Alter von 67, dann kann ich mit neuen Daten antworten, dann hören die Frauen auf, Kinder zu bekommen. Und das Ergebnis ist, dass die demografische Entwicklung sich noch verschärfen wird. Das kann nicht das, also Ziel und auch, ist ja kein Ergebnis, welches man haben möchte. Vielen Dank. Ich würde, also das ist so viel geballtes Wissen. Ich bin, ich wüsste gar nicht, was ich noch alles fragen wollte. Aber ich gebe jetzt gerne mal in die Runde. Habt ihr Fragen? Traut euch? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich darüber nachdenke, wie wir als Frauen vor allem in der Kindheit erzogen worden sind, dann sind hier die meisten eher zu sportlichen Tätigkeiten, die wenig in Berührung mit anderen gegangen sind. Also diese klassischen Fußball, Handball, die ja doch sehr körperlich in der Auseinandersetzung sind. Und was ich spannend finde, ist, das ist ja ein Punkt, wo wir Auseinandersetzungen, Konflikte, vielleicht auch Verhandlungen um Punkte bereits lernen, wie sich das auswirken könnte, wenn man da auch noch mal gezielter die jungen Mädchen fördert, das zu machen wie auch die Jungs. Deshalb unterstütze ich sehr stark Viktoria Berlin als Frauenfußballverein. Also das ist nicht nur da, wir sehen das auch als eine mittel- und langfristige Wirkung, wie ich befürchte von Corona, dass genau diese persönlichen Auseinandersetzungen fehlten. Und dass dadurch viele, gerade junge Frauen, also ich sehe es an meinen Studierenden, aber natürlich, wenn ich jetzt Lehrerin wäre, würde ich es noch mehr sehen bei noch jüngeren Personen, die eine Streitkultur, eine Auseinandersetzungskultur verloren haben. Und das ist eine ganz schädliche Entwicklung. Und Kinder schon früher und junge Erwachsene in dieses, ja, in konstruktive Konflikte reinzubekommen. Ja, dass sie das auch lernen, eine Konfliktfähigkeit, das ist absolut notwendig. Und wir müssten das meines Erachtens auch primär in Schulen dann noch mal reinbringen. Und Sport ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch noch andere Formen. Ganz kurz die Frage, wie viel Zeit haben Sie noch? Können wir noch zwei, drei Fragen machen? Ja, gerne. Okay, super. Meine Frage wäre, ob denn die Frauen sich nicht einfach die falschen Männer suchen. Weil gerade im akademischen Bereich, würde ich sagen, da hat man auch die finanziellen Möglichkeiten, um sozusagen Familie zu organisieren. Auch haben Sie natürlich recht, es wird immer auch diejenigen geben, die sagen, ich möchte mich länger der Erziehung des Kindes widmen. Aber da sehe ich zumindest auch eine Retraditionalisierung, dass man viel zu wenig die Männer in die Pflicht nimmt, die mit uns durch die 80er, 90er, 2000er gegangen sind und eigentlich weiter sein müssen. Und dass die Frauen selbst ein bisschen auch Schuld tragen an der Situation, wie sie jetzt ist. Und dass Frauen, die vielleicht in Jobs sind, die nicht so hoch bezahlt sind, da stellt sich die Frage oft gar nicht, weil dann muss man arbeiten, um in einer Stadt wie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Insofern würde ich sagen, man macht es sich sehr einfach, wenn man sehr viel lamentiert, dass die Rollen noch so sind, wie sie sind, wenn man nicht selbst im Kleinen schon anfängt und seinen Mann dann auch in die Pflicht nimmt und sagt, auch du kannst jetzt ein bisschen zurückstehen und ich mache Karriere oder wir machen beide Karriere, wie kriegen wir das hin? Das ist ein guter Punkt, insbesondere mit dem, wo Sie jetzt geschlossen haben, kann ich gut leben. Bei diesem Männer suchen ist es schwierig, weil wenn Sie sich jetzt Befragungen anschauen, dann sagen über 90 Prozent der Männer, dass sie partnerschaftliche Ehen wollen, dass sie sich genauso viel um Kinder kümmern, genauso viel um Haushalte kümmern. Also Sie suchen diese Männer, Sie haben den Mann, der sagt, das mache ich alles. Wenn wir dann die nächste Befragung drei oder vier Jahre später machen, das Kind ist da, dann sehen Sie, der Mann arbeitet viel, die Frau arbeitet wenig und das hat sich eingeschlichen. Und da braucht es, und da bin ich vollständig bei Ihnen, also nicht nur die anfängliche Männersuche, sondern auch dieses Bleib bei deinem Leisten und eine Verpflichtung dazu, dass man das, was man mal ausgemacht hat, einvernehmlich, dann auch lebt. Egal. Und das ist wichtig. Ich meine, wir sehen ja diese Anreize von Elterngeld, dass dann die Person, die weniger Arbeit, weniger verdient, rausgeht. Dann hatten wir den Altersunterschied zwischen Männern und Frauen. Es gibt viele Anreize. Das ist mir selbst auch so passiert, dass mein Mann sagt, also du arbeitest jetzt mal weniger. Das fand ich also total absurd mit meiner Professur. Aber selbst da schlägt das zu. Und dann muss man sagen, gut, da kommen wir jetzt durch. Das sind ein paar Jahre. Aber in diesen paar Jahren mache ich diesen Aufstieg und dann verdiene ich nachher mehr und jetzt machen wir es mal gemeinsam. Also wir müssen einfach diese finanziellen Anreize, diese strukturellen Rahmenbedingungen liefern. Ehegattensplitting, bla, bla, bla. Dann auch sagen, das schlucken wir. Solange die Politik das nicht für uns einkassiert, was völlig unverständlich ist. Natürlich, dass es das prinzipiell kann und dass prinzipiell auch 90% der Feder Teilzeit arbeiten können, das ist mir schon auch klar. Aber die Realität sieht ja anders aus. Und im Moment ist es leider ein Abreizsystem für Frauen. Und dass wir sozusagen Familien anders besteuern und Kinder anders, also dass wir diese Härten rausnehmen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dass wir Partner, die gar keine Kinder haben, dergestalt subventionieren und auf der anderen Seite eine Kinderarmut haben in dem Ausmaß, wie wir sie heute haben, das ist für mich schlichtweg unverständlich. Super, vielen Dank, Nora. Und dann Katharina. Meine Frage geht auch in das Kulturelle. Ich fand das gerade interessant, wie Sie gesagt haben, die Rahmenbedingungen, klar, da müssen wir noch ganz viel tun, aber auch im Kulturellen. Und wenn wir das beobachten, dann geht das aus meiner Sicht so unfassbar langsam. Also wir setzen Impulse, wir machen Fortbildungen, wir machen Mentoring, wir unterstützen, wir machen Mut, wir brauchen Vorbilder. Aber alles dauert so lange. Haben Sie da noch irgendwelche... Also da würde ich jetzt bei Ihrer Vorrednerin anfangen. Also wir machen dieses Anti-Bias-Training, weil viele jetzt gerade diese akademischen Männer, also wir wissen ja oft, wir sind ja so aufgezogen worden mit diesen Stereotypisierungen. Stereotypisierungen. Wir haben die alle in uns. Es gibt einen Test, den können Sie auch selbst im Internet machen. Da ist Implicit Association Test. Und da müssen Sie bestimmte synaptische Verbindungen machen zwischen Männernamen und Jobs. Und Sie machen die schneller. Es ist einfach so viel schneller, einen Männernamen mit einem Männerjob und so weiter und so fort zu verbinden. Man muss sich das richtig abgewöhnen. Und das würde ich als Maßnahme allen Männern, aber auch allen Frauen, weil die Frauen, die tragen auch da ihren Teil, dass sie sozusagen mit diesen Stereotypisierungen an die Männer rangehen und die Männer an die Frauen rangehen. Da müssen wir lernen. Das heißt Bewusstsein darüber, dass wir einfach veraltet denken. Insgesamt. Oder gibt es noch irgendwas anderes? Sie haben ja jetzt gesagt Amerika. Wenn wir jetzt alle sieben Jahre nach Amerika gehen könnten, um was ganz anderes zu sehen. Also was sind so Punkte, die wirklich so Bahnen rechnen? Ja, das Problem mit Amerika ist so ein bisschen ein Problem, weil ich habe jetzt hier einen Sozialstaat in Deutschland, den wir ja nicht missen wollen, verglichen mit einem Land, wo es eigentlich einen ganz unterentwickelten Sozialstaat gibt. Da wollen wir ja absolut nicht hin. Also insofern wäre das kein Vorbild. Aber das ist jetzt eine andere Sache, die ich gerne mit Ihnen teile. Ich war relativ jung, also das war noch vor meiner Professur, sollte ich mal eine Untersuchung machen, warum es so wenige Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft gibt. Und insbesondere die Frage beantworten, warum, wenn man die Personalstatistiken sich anschaut, so viel mehr Frauen Kinder haben, als wenn man Umfragen in der Max-Planck macht. Wenn man die Umfragen gemacht hat, hat man irgendwie ganz, also das waren über 50 Prozent weniger Kinder, als wenn man tatsächlich die Personalbögen, also die tatsächlichen administrativen Daten sich anschaute. Und dann stellte es sich heraus, dass viele Frauen schlichtweg nicht angegeben haben, dass sie Kinder haben, weil in dem Moment, wo sie angegeben haben, Kinder zu haben, entsprechend sozusagen behandelt wurden. Ja, du hast jetzt keine Zeit, jetzt geh doch mal früher, du kümmer dich mal um die Kinder. Und das war dann ihr Gegengift quasi. Damals hat Herr Baltes, das war der Leiter dieses, oder der Direktor des Max-Planck-Instituts, mir gesagt, lassen Sie uns das doch mal so machen, dass wir auf die Tagungsstätte von Max-Planck-Gesellschaft alle Frauen mit Kindern in Führungspositionen einladen. Und dann sehen die anderen Frauen, das geht doch. Das fand ich als junge Frau, also ich war da vielleicht 28, oder so etwas ganz schrecklich. Das kam mir vor wie im Zoo, dass ich diese Frauen mit Kindern da ausstelle und die anderen laufen da rum. Das würde ich heute anders entscheiden. Da würde ich sagen, das ist eine super Idee. Das müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Aber genau solche Vorbilder, die mir später im Leben geholfen haben, die braucht es. Und das sind so kleine Beschleuniger, aber ich glaube nicht, dass wir den Beschleuniger haben, aber es sind kleine Beschleuniger. Und wir sollten uns eines nicht einreden lassen, das gibt jetzt ja dieses neue Buch von Herrn Schröder, der sagt, ach, Frauen sind doch mit ihrem Leben so zufrieden, schauen wir uns die Zufriedenheitsskalen an, da brauchen wir ja gar nichts zu tun. Zufriedenheit war noch nie ein guter Gradmesser, weil wir glücklicherweise, und ich kann nur sagen, glücklicherweise, selbst wenn wir wissen, dass wir weniger verdienen und dass wir eigentlich viel mehr könnten, nicht lamoyant, um ihren Beton da aufzugreifen und uns selbst mitbeleitend ja 30 oder 40 Jahre unseres Lebens verbringen. Insofern ist die Zufriedenheit immer ein Ausdruck dessen, was an Rahmenbedingungen gegeben ist und ist immer ein Anpassungsvorgang und es ist eine ganz schlechte Sozialforschung, so zu argumentieren. Wir haben gleich noch zwei Fragen. Ich habe auf das Interview von Herrn Schröder reagiert bei LinkedIn und hatte über Nacht, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich habe einfach reagiert, weil ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, sowas stehen zu lassen und habe über Nacht 1600 Followerinnen mehr gehabt und 100.000 Views und dachte dann, oh Mann, da ist echt noch viel Arbeit vor uns. Da muss man aufpassen, aber das ist genau diese Retraditionalisierung, die ich auch, das ist jetzt ein Buch, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich mehr Männer im Moment getrauen, was gegen die Gleichstellung zu sagen, als nur vor Corona. Die haben das vorher auch gedacht, aber es war nicht mehr etwas, was man sagen darf und jetzt kommt es auf einmal. Das kann man auch als gut empfinden, weil man dann besser darauf reagieren kann, aber es sind solche schleichenden Bewegungen, wo wir arg aufpassen müssen. Den Eindruck habe ich auch, dass wir ganz doll aufpassen müssen. Wir hatten es vorhin schon. Nichts, was wir jetzt haben, ist es sozusagen sicher. Katharina? Ja, zu Ihrem Buch. Tatsächlich haben mein Mann und ich das so gemacht, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben. Wir haben uns beide Elternzeiten geteilt und wir haben danach beide auf 30 Stunden reduziert. Das hat uns beide den Job gekostet. Wir sind jetzt beide selbstständig und teilen uns die Care-Arbeit auf, teilen uns die Arbeit und die Care-Arbeit auf und sind eine glückliche Familie. Unsere Kinder haben Mutter und Vater wirklich gleichwertig und es ist egal, ob ich zwei Tage in Berlin bin oder mein Mann zwei Tage unterwegs ist. Aber der Weg dahin ist wirklich steinig. Und man muss das vorher klären. Ich habe mit meinem Mann über diese Aufteilung gesprochen, bevor ich schwanger wurde. Das muss man wirklich besprechen und das lohnt sich aber, der Weg dahin. Also das ist genau das, was vorhin ja schon angesprochen ist. Man muss das vorher besprechen, aber man muss dann auch dabei bleiben. Also gerade als Frau. Man muss es dann immer und immer wieder sagen und muss sich selbst treu bleiben, auch wenn es temporär so viele leichtere Wege gäbe. Ja, also es gibt ja diese Verlockung, dass man sagt, warum macht man das? Das ist doch jetzt viel leichter bei dem Arbeitgeber. Dann machen und Schluss ist ja. Und so wie Sie das gemacht haben, das finde ich super. Und ich hoffe ja, dass diese Arbeitsorganisationen sich bald ändern werden, weil es natürlich mittlerweile auch etwas ist, wo zukünftige Arbeitnehmerinnen deutlicher hinschauen, was so eine Organisation fordert und unterstützt und was nicht. Wir ändern uns auch zu einem Arbeitnehmerinnen anstelle von einem Arbeitgebermarkt so langsam. Und ich sehe das bei meinen Einstellungsgesprächen immer wieder glücklicherweise, dass solche privaten Sachen dann auch bei Jobinterviews auf den Tisch kommen. Und das finde ich ganz wichtig. Das finde ich wichtig, auch wenn es von gewerkschaftlicher Seite oft gar nicht gerne gesehen wird, dass man nicht nur beim Beruflichen bleibt. Aber beide Seiten gehören zu unserem Leben dazu. Und deshalb muss ich nicht nur die Familie nach der Arbeit, sondern auch die Arbeit nach der Familie richten. Die allerletzte Frage kriegt unsere Ehrenpräsidentin Vanessa Kohn in Ohnsorge. Lieben, herzlichen Dank. Frau Almenninger, eine Bewegung, die ich als Arbeitgeberin und als Mutter sehe, die mich wirklich schlucken lässt, sind junge Frauen, Mitarbeiterinnen, die ich habe und auch zum Beispiel meine Tochter, die sagen, ich will mich an keinen Mann binden, ich möchte Karriere und ich möchte volle Karriere mit großem Erfolg und ich möchte ganz klar keine Kinder. Was raten Sie oder was sagen Sie diesen jungen Frauen, weil ich persönlich der Überzeugung bin, es ist wunderbar, Kinder zu haben und es gehört zum Leben dazu und ich würde es jedem gönnen, diese Vereinbarkeit zu bekommen. Ihr Rat an die jungen Frauen. Ich kann dazu gar keinen Rat geben. Also ich hatte eben gesagt, ich habe seit vier Tagen, ich mache ja mit der Wochenzeitung die Zeit und Infos zusammen, diese sogenannte Vermächtnisstudie und wir machen die seit mittlerweile über zehn Jahren und wir haben diese eine Frage drin, wie wichtig es einem ist, Kinder zu haben und das sind immer so drei Teile, also der erste Teil ist, wie wichtig ist es Ihnen, wie wichtig denken Sie, sollte es Ihnen sein und wie wichtig ist es den anderen. Ich mache jetzt erstmal mit der Digitalisierung. Bei der Digitalisierung, wie wichtig ist einem das selbst, dann sagen viele, insbesondere ältere Leute, naja, nicht so richtig, wie wichtig sollte es Ihnen sein, dann sagen alle, das sollte mir richtig wichtig sein, ja, also ich weiß, dass ich das irgendwann brauche und bei denen da draußen sagen, denen ist es eigentlich auch allen wichtig, also es ist so eine absolute Selbstkritik, ja, man tut was, aber man weiß, man sollte das eigentlich besser machen und was mich jetzt am meisten erschreckt hat, das ist genau das, wozu Sie jetzt sprechen, ist, dass die Leute, die meisten Frauen sagen, ich möchte Kinder haben, aber bei der zweiten Frage, finden Sie es eigentlich gut, dass Sie Kinder haben wollen, sagen die plötzlich, nein, nein, also die kritisieren sich für diesen Wunsch, den sie haben, das geht um, also wirklich massiv geht das runter, also was vorher so eine Gerade war, das will man und also das macht man und das sollte man auch machen, geht jetzt runter, also man macht eigentlich was, was man selbst ganz blöde findet und von daher muss ich jetzt leider diesen Bogen dahin gehen schließen, dass ihre Tochter und die anderen, ja, eine der wenigen sind, die dann auch machen, was sie denken, dass sie machen sollten und das ist das, wo ich davor warne, ja, dass wir so eine Kultur implizit schieben, dass wir diese richtigen Durstatter und diese richtigen Karrieren nur dann machen können, wenn wir auf die Kinder verzichten, ja, und das ist genau das Gegenteil von früher, aber das kann doch nicht der Weg sein, den wir gehen und natürlich kann man auch da die jungen Frauen ermuntern, aber man sollte sie nicht ermuntern und nachher vor den Kopf stoßen und ihnen nicht die Möglichkeiten geben, trotz Kinder Karriere zu machen, das wäre ja ein falsches Spiel und von daher finde ich das ein absolutes politisches Ausrufezeichen, welches sie setzen und ein Ausrufezeichen an diese ganzen Bewegungen, die wir jetzt im Moment haben, das um Karriere zu machen, wir dieses, ja, roundabout the clock machen müssen. Das macht mir genauso Sorgen wie Ihnen und dass ich das jetzt in einem Viertausender-Sample repräsentativ so abgebildet sehe, ist schockierend. Vielen Dank. Was können wir als letzte Frage tun, um Ihre Arbeit zu unterstützen, weil ich glaube, wir haben alle heute gesehen, das ist so wichtig, was Sie machen und das liegt uns so am Herzen. Meine Arbeit verschwindet dann, wenn Gleichstellung erreicht wird, also kämpfen Sie darum. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.